Hallo Traders, Alexanderus hier. In diesem Video will ich über Metatrader und Multicharts sprechen. Da ich im letzten Video beide erwähnt habe und auch oft über diese gefragt werde, da ich beide benutzt habe, würde es gut für die Übersicht sein für uns, die zwei Programme zu analysieren und natürlich danach auch Gründe zu finden, wieso man welche von den beiden aussucht zum Traden. Ich veröffentliche übrigens auch wöchentlich neue Videos über Trading wie dieses und falls es dir gefällt und du in Zukunft keine verpassen willst, abonniere doch den Kanal und klicke auf das Glöckchen. Also, beginnen wir mit der Software, mit der fast jeder startet, ich inklusive. Metatrader. Metatrader ist eine Trading Plattform, die uns von unserem Broker bereitgestellt wird, ohne dass wir sie bezahlen. Sie ist umsonst. Die Plattform wird auch konstant verbessert und hat sich im Laufe der Zeit auch als stabil erwiesen. Da Metatrader enorm verbreitet ist, gibt es auch viele aktive Communities für Metatrader. Dies ist ein sehr positiver Aspekt, da wir dadurch Zugang zu vielen Codes haben und uns eventuell auch mit anderen Nutzen austauschen können, um Neues zu programmieren oder Probleme zu beheben, die wir konfrontieren oder auch beim Live-Traden. Mit Metatrader kannst du Forex und CFDs handeln, was gut ist, wenn du Instrumente handeln willst, wo du dein Risiko gut nach unten skalieren kannst. Im Fall natürlich, falls du limitiertes Kapital zur Verfügung hast. Bei Metatrader ist es auch so, dass der Broker dir auch die Live-Daten anbieten wird, also den Data-Feed. Und das auch ohne, dass du dafür zahlen musst. Jetzt zählen wir aber die negativen Zeiten von Metatrader auf. Hört sich jetzt so gut an. Die Programmiersprache ist sehr komplex. Daher wird es sehr lange brauchen, diese zu lernen und deine eigenen Trading-Systeme zu programmieren. Die Marktdaten haben Ungenauigkeiten, die unsere Resultate beim Live-Traden oder auch beim Back-Testen beeinflussen können. Die Marktdaten, die uns von unserem Broker zur Verfügung gestellt werden, sind oft nur bis zu 12 Monate alt. Was uns nicht helfen würde, wenn wir eine Strategie entwickeln wollen und diese auf verschiedenen Marktkonditionen testen wollen, ob sie funktioniert. Unsere Brokerwahl kann auch die Zeitzone der Marktdaten beeinflussen. Beim Wechsel zu einem anderen Broker sind die Chancen hoch, dass die Zeitzone, die der andere Broker hat, sich dann auch verändert. Was dazu führen kann, dass ein Code, der bei einem einen Broker funktioniert, dann nicht auf einem anderen funktioniert. Da die Zeitzone ein wesentlicher Parameter der Strategie sein kann, da diese die Sessions definieren wird. Und zuletzt, Metatrader ist eine 32-Bit-Plattform. Daher erlaubt sie dir nicht, die volle Kapazität deines PCs zu nutzen, wenn du Strategien entwickelst. Zusammenfassend ist eigentlich Metatrader eine gute Plattform für Personen, die wenig oder halt nichts in eine Softwarelizenz und Marktdaten investieren wollen. Aber man müsste auf die Komplexität der Programmiersprache achten und die Limitation der verfügbaren historischen Marktdaten achten. Im Falle, wenn du gute Marktdaten verlangst, um Backtests zu machen, dann würde ich dir zum Beispiel Ducascopy empfehlen. Also, befassen wir uns jetzt mit Multicharts. Das ist auch die Software, die ich jetzt benutze. Multicharts hat keinen Broker oder Data-Feed. Es ist nur eine Plattform. Diese Plattform bietet uns die Freiheit, selber unseren Broker und Daten-Feed auszusuchen. Das ist sehr gut, da wir mit der Plattform sehr flexibel sein können. Wir können auch verschiedene Märkte traden, wie Forex, CFDs, Futures, Indexes, Crypto und viele andere. Die Programmiersprache ist einer der einfachsten. Daher ist es sehr zugänglich für Personen, die keine Programmier-Vorkenntnisse haben. Der Kundensupport ist auch sehr gut. Ich habe ihn auch oft gebraucht am Anfang. Was hilfreich sein kann, falls du Probleme konfrontierst. Die Plattform ist auch 64-Bit, was uns helfen kann beim Evaluieren, damit wir wirklich die ganze Leistung von unserem PC ausnutzen können. So kann das Evaluieren schneller werden. Und das Entwickeln von Trading-Systemen auch. Leider ist die Plattform aber mit Kosten verbunden. Diese kostet meistens so gegen 1.500 US-Dollar. Bei Eingeboten eventuell weniger. Die Marktdaten werden uns auch etwas kosten. Wir haben aber eine Markthistorie, die uns erlaubt, unsere Strategie zu testen und zu entwickeln. Und die Qualität der Daten wird dann auch sehr gut sein, obwohl sie etwas kostet. Also ist Multicharts eigentlich eine Plattform, die sehr stabil ist, einfach zu programmieren und bietet uns eine große Flexibilität, was wir mit der machen können. Dies ist aber alles nach einer Eintrittsbarriere zu genießen. Die Plattform-Lizenz kostet ja was. Die Frage ist jetzt, welche Plattform sollte man benutzen? Für mich ist es wirklich einfach. Ich habe mich gefragt, was ich in Zukunft traden will. Wie skalierbar ist es, mit dieser Plattform diese Sachen zu traden und wie einfach ist es, diese zu benutzen. Deshalb ist es sehr einfach für mich gewesen, nach Recherchieren, nach Gesprächen, mich einfach für Multicharts zu entscheiden. Wie gesagt, die Programmierstrache, der Customer Support, was wir oft benutzen werden, wenn man tradet. Die enorme Anzahl der Märkte. Ich kann auch die gleichen Märkte wie bei Metatrader dort traden, damit ich, also die gleichen Märkte, die Metatrader anbietet, auf Multicharts traden. Und dann, wenn ich genug kapitalisiert bin und meine Fähigkeiten als Programmierer verbessert habe, dann bin ich in der Lage, diese zu traden, die auch teurer sind und mehr Potenzial haben. Es ist also vom keinen Nutzen, etwas zu lernen, die Programmiersprache, die Metatrader benutzt, und dann diese nicht mehr benutzen, wenn wir weiterkommen als Trader. Ich kann mich also direkt auf das konzentrieren, was ich auch später in meinem Werdegang als Trader brauche und mich von Anfang an, falls es natürlich möglich ist, mich auf das zu konzentrieren. In meinem Fall ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich gut genug programmieren lernen wollte, damit ich viel testen kann. Trading ist ja nur testen, testen, testen. Das kann Plattformabhängig sein, da verschiedene Plattformen auch verschiedene Programmiersprachen benutzen und eventuell nicht auch die gleiche Kapazität haben, unsere Skripte gut zu testen. Nicht jede Plattform kann effizient genug Skripte testen. Dann ist eine Motivation auch gewesen, eine Plattform zu haben, wo man Zugang zu sehr vielen Märkten hat. Da hat Multicharts auch gedient. Aber jeder hat natürlich andere Ziele und Anforderungen. Wenn du zum Beispiel ein guter Programmierer bist, dann kann es sein, dass du dich für eine ganz andere Plattform entscheidest. Es gibt ja sehr viele. Die Frage ist aber, was sind deine Anforderungen und was sind deine Fähigkeiten? Anhand diesen habe ich meine Entscheidung getroffen. Und hoffe, dass du es auch machen kannst. Ich bin neugierig auch zu hören, mit was du tradest, also welche Plattform benutzt du. Was sind deine Gründe gewesen, diese Plattform auszusuchen? Und wieso würdest du auch diese empfehlen oder würdest du die wechseln? Also, danke für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.